Ich spiele in der 5. Liga, in der Oberliga Westfalen Fußball, bei SG Wattenscheid 09 und möchte euch einfach mitnehmen bei dem, was ich so treibe. Nämlich Krafttraining bei meinem Personal Trainer Dodo. Das ist Dodo. Personal Coach und trainiert Profis wie Ilkay Gündogan, Thilo Kehrer, Leroy Sané, Mario Götze oder Matze Ginter und viele mehr. Ja, Kraftsport führt dazu. Muskeln stärker werden. Ein stärkerer Muskel, existenter gegen Widerstände. Du schießt auch den Freistoß. Richtig gut geschossen und alter! Mich natürlich mega freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und ein Like auf dem Video da lasst. Dann sehen wir uns auch schon nächste Woche.